hallo herzlichen willkommen zu einem weiteren let's trash lang lang ist sehr ich lasse es gleich mal also ich möchte es wieder aufleben lassen wir spielen hier kubik kubik ich glaube es heißt einfach kubik 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 castles heißt das spiel es hat super mega musik wie es sich einhört vielleicht packe ich da einfach noch ein bisschen musik drüber werde ich dann gesehen welcome to kubik kassels follow the path my space to jump ich bin jetzt das quirt block hast du nicht gesehen holt qo e to change camera drag up see the support try tapping it okay okay did you pick up the little stone nein ging ja nicht notice that's all blocks in new inventory es geht auch nicht try tapping wie geht das auch nicht ich konnte hier unten den gras block den konnte ich das ist kleiner hoch kleiner max oi 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 oder nicht ah ok ich muss erst die band auswählen alles klar try selecting the stone in your inventory tapping it okay okay great now da auf das squirting nice hui catch how you build it's easy easy peasy if you want to get back pulling just click on your hand mama das spiel ist keine ahnung hui okay new player lovey welcome simplified new player lovey data loveys will have more features the block with a magnifying glass is a bumper jump it oi know my oh new quest okay details need for a scholar find and visit the realm cubic learning center in the middle of das neue einsammeln ja sieht man den ganzen scheiß anscheinend okay ich lass ihn mal abhauen die ist total crazy crazy shit hier können wir unser eigenes was soll ich brauchen oder was das ist wasser hier ist gar kein wasser das ist... aha das ist irgendwie ein dreckiger kram wie weit können wir denn hier runter damit wir auch ein bisschen was sehen ah ok aha das über uns können wir anscheinend auch grabben hier geht sie doch runter ok bock mehr oh hier ist eine truhe mal die katze ablenken die nervt grad ein bisschen open gold bären und die bären ok ähm bären rein ah können wir ja auf den bloß wegschmeißen ok was ist das boah der kack chat das selber wieder runter geht kann man ja rennen ne kann man runterspringen ne man kann ja nicht mehr runter fallen ok was ist das stutter castle this item can only be used in your world ok äh lassen wir mal die quest angucken mountain main ok find a visit mountain mine you can see them in the sky map ok wo ist denn die sky map ist total favoritiert das spiel es regnet unglaublich ok was geht hier ab happy thanksgiving auf ins wasser ich will jetzt so dieses blöden overworld ding museum oh trashcan ah ist leider leer hui ah gehts nicht weiter alles wenn das haus hier reingeht wow low no we are dying so tot haha ok das ist total witzig Achso, wir können in der Luft nochmal springen. Achso. Okay. I go with. Ich muss einfach mal drüber laufen. Okay. Das Spiel ist total crazy. Können wir hier irgendwie diese Konstitution rein oder so? Irgendwie nerven die ganzen Namen und so. Profile. Äh, Friends. Quest. Store. Vielleicht muss man sich das kaufen. Oder man muss sich erstmal ausloggen dafür. Aber es gab tatsächlich sowas wie Optionen. Ich konnte hier zum Beispiel Breitbild einstellen. Was ist denn das für ein Kram? Ist ja egal. Ich bin ja gar nicht. Oh. Hui. Jump and run. Jump and run. Jump and jump and run. Okay. Good way of Geysir. Okay. Oh, ich darf es aber nicht mitnehmen. Wäre echt gut, wenn wir hier die Kamera noch ein bisschen anders... ...ding so könnte. Wow. Was zur Hölle? Ja, wir fangen ganz von vorne an. Huh. Aha, man muss da also erstmal ein Level abmachen. Auf nach innen. Eden, wir sind auf dem Weg. Ich spiele schon fast eine halbe Stunde. Oh, da ist ein tiefen Berg. Wow. Nee. Ich check das nicht, ey. Okay. Huh. Äh. Okay, jetzt sind wir halt doch... Yeah. Mountain Mine. Okay, jetzt wird das Spiel langsam vielleicht doch mal interessant. Also erstmal ja das Ei pflücken oben. Äh. Äh. Ah, hier können wir uns jetzt den ganzen Kram abbauen dafür. Oh, Gold. Nice. Gold ist wichtig. Und dann hier. Okay, neue Quest. Erstmal die Quest jetzt zu checken. Äh. Arctic Explorer. Arctic Mine. Parkour. Äh. Perks of Parkour. Complete blue course in Eden. Okay. Wir wollen jetzt ja was brauchen wir noch weiter. Wow. Das ist unglaublich. Honig. Honig. Gimme, 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 gimme Honig. Yes. We got some fucking Honig. Reward XP 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 XP. Okay, hier geht's irgendwie nix weiter. Ist das Schnee? Eis. Okay. 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 Oh mein Gott, was bist denn du für einer? Cooler Krammata. Wo ist eigentlich unser Hut hin? Ach, scheiße, ich hab den Hut. Also direkt auf dem Honigtupf darf man nicht stehen, sonst kriegt man Schaden. Alles klar, finde ich logisch. Boah, ich möchte so gern rennen eigentlich, ne? Boah. Wir haben unglaublich viel Musik in dem Spiel. Immer noch. Community Hub. Gucken wir mal in den Community Hub von Kubik-Cuzzles. Also es scheint tatsächlich zumindest eine Community zu geben von dem Spiel. Aber ich verstehe den Spaß in dem Spiel nicht. Das ist total böde. Das ist Minecraft für arme Schlucker. Aber richtig arme Schlucker. Ich wollte eigentlich die Pflanzer... Ah. Okay. Leute, ich bin raus. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Vielleicht. Na? Also dann, macht's gut. Ui. Nice, Oma. Macht's gut. Bis dahin. Und schausen. Okay. Bis zum nächsten Mal.